Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hunt Showdown. Heute spiele ich eine Terminus mit Flechette Munition und eine Sparks Pistole. Und ja, wir sind direkt beim Boss gespawnt, haben den getötet, gebannisht und so weiter und wurden dann angegriffen. Aber das war uns nicht genug. Wir haben uns gedacht, komm, gehen wir noch zum anderen Bounty bzw. zum Team, das den anderen Boss gelegt hat und gucken wir, ob wir da noch was abstauben können. Auf dem Weg dahin wurde ich von der Haifa giftet und hatte den Bug, dass dieser Gifteffekt nicht weggeht. Und ich hoffe, das ist für euch jetzt so ätzend beim Zugucken, dass da die ganze Zeit der Gifteffekt da ist, aber ich musste die ganze restliche Runde mit diesem Gifteffekt spielen. Ja, und was diese Einschränkung bewirkt hat, die seht ihr jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Herr, das war es. Was ist das? Das ist ein Wettbewerb, Alex. Lüftersmitz liegt hier. Ich bin voll. Ich habe eine Toolbox reingelassen. Ich habe bis jetzt zur Munition gesehen, aber ich habe auch nicht richtig geguckt. Ich war gar nicht so weit. Ich habe zwei Heufallen gesetzt, hier oben. Was? Heufallen? Heufallen. Ach, Heufallen. Ne, die Schüsse waren, glaube ich, was Stanley. Ja. Wenn der Boss da unten ist, kommen die bestimmt hierher. Hier mit. Ja. Komm schon. Na lass sie. Ja. Ein Repass mit dabei. Kommt ein Ronin. Einer ist hier oben. Nein. Ich habe das schon gut drauf gemacht. Einer hat übers Z. Ja. 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 Das war's. Ja. Das war's. Ja. Überhaupt nix kraft. Ich hab gegen die Kette geschossen mit der Armbrust, oder? Ja, das kann passieren. So, ich hab Vulture. Ich auch. Hier liegt einer. Na genau. Hier liegt einer. Den habt ihr beide? Ja. Einen hast du weggesprengt, ne? Hier. Naja, einer hab ich weggesprengt. Ich hab 100 schon wieder genug. Mensch, das ist ja schlimm mit dir. Ständig lootest du so viel Geld und ich krieg nie was. Wer ist denn der, der immer 1000 rauszieht? Ja, offensichtlich ist ja du. Das ging jetzt schnell. Du wirst Muni, falls jemand braucht. Und noch anderen. Ja. Ja, das war... Also, falls sie anfangen zu schießen da unten, können wir noch runtergehen. Falls nicht, können wir da oben rausgehen. So, das ist unser Bounty. Das ist unser Bounty, ja. Hier ist keiner. Ja. Dann wollen wir noch mal die 10% abwarten, was die machen. Ja. Boah, ich hatte hier mal die Situation gehabt. Da hab ich auch hier oben Bautier aufgehoben. Hab mich umgeguckt. Und unter dir waren sie, ja. Und hab dann geschrieben C, ne? Für clear. Hier. Und auf einmal schreibt einer Lull. Und dann hab ich's verstanden. Wir können ja mal quasi Richtung runterlaufen. Dann musst du tatsächlich schon Pizzen nach oben wieder abwägen. Dann schießt man unten. Ja. 75. Nix ist. Bitte was? 75 hier, kleine Bounty, was? Nix. Wobei, ich hab 500 geloot. Das stimmt. Aber wir nicht. Aber schweiß, wir haben's nie. Wir sind gestern. Immerhin hab ich guten Stuff gelootet. Zweimal Explosive. Ich hab noch zwei Flaps. Wir sind noch im Strom. Und wieder der Schiff. Und wieder der Schiff. Ich brauche ihn her. Der Bergerkanter ist cool. Der Bergerkanter ist cool. Der im Heavy Rain hoch. Also, trotzdem hoch geht das. Verstehen ich halt nicht. Das geht hoch. Ähm. Dass der im Heavy Rain trotzdem explodiert. Soll ich euch mal was richtig geiles sagen? Ich hab den Gift back. Ja, dann musst du dir eine Hype suchen. Und das ist doch wohl. Hier ist ein Abwehrfreund. Das ist doch wohl ein Schriftimmun. Ja, nein, den krieg ich auch immer. Ja, den krieg ich auch immer. Aber du kannst auch erst, wenn du die Einstellungen ganz auf schlecht stellst. Und dann wieder auf gut. Dann müsste es weg sein. Ah, das geht schon. Bei mir ist es auch einfach so mal weggetan. So nach 10 Minuten oder so. Aber es ist so gegangen. Sind die überhaupt noch da? Wo gerade? Nee, die sind schon im Tor. Oh, tot Sache. Leif. 240 ungefähr. Es sind nur zwei. Die sind nur zu zweit. Mir sind drei. Wo? Ich meine, ich hab drei. Drei Fleckespringen. Ja. Ja, ich seh halt im Regen jetzt gar nichts, ne? Einer ist ganz oben. Hatred. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Oh, shit. Zwei Leute von da. Oh, sorry. Ich habe Steps gehört. Woop. Lass uns mal hier weiter rotieren. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Toll, jetzt habe ich auch den Backlash weil ich kein Fadenkreuz mit meiner Wurfwachs habe Können die mir mal Deckung geben? Die werfen was? Doch auf dich Da hat einer neben den Kursbau, passt auf Alter! Die sind nach hier hinten gelaufen Hab einen gehittet, der blutet Hab einen Das ist doch eine unsichtbare Wand Oh shit, 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 shit Nein, ah das andere Team wird hier rum Ich muss dich heilen Der eine blutet Ich muss dich heilen Die anderen müssten auf Südwest kommen Von außen Die andere ist ganz hinten durch Jaja Guck, dass ich auf jeden Fall heils Die ist geflampt Ja Schön Ich muss kurz nachladen Ja Ja Der ist schon close hier außen Ja, das Tor ist offen Also auch hier vorerst, aber auch drauf Achso, ja klar Einfach mal, einfach mal Keiner müsste bei mir sein Nee Trist Gute mal für eine Sekunde Mach ich auch gleich Hab einen gehittet Einer ist hier au draußen Ja, warte, warte Alter Nebengeschlossen Sind wir hier auf, noch einer? Ja Einer läuft hier hinten außen rum Ich schlute auch mal für Sekunden Ja, ich hab ja Geier Ja, wir sind hier unten Beide unten? Ja Unten schon drinnen? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Meinen nicht Nee, die sind draußen Ach Ich dachte, die sind close bei euch draußen Keiner down? Sehr schön, sehr schön Der eine hat nur noch eine Lebelle Noch nur noch, aber So Tja Genau, unter Tim Ich sehe nichts Ich glaube, der ist da drüben drin Ich sehe nichts Ich glaube, der ist da drüben drin Wie ist das, wenn der schießt? Wisst ihr, der da oben ist Der ist oben auf der Mauer Ja Der ist unten Der hebt sein Maid auf Das hat noch Ich habe noch Nein, der hebt mich auch Der hebt mich auch da drinnen Der ist drin Ich kann noch eine Flasch reinschmeißen Ich halte halt nichts mehr aus Ich halte halt nichts mehr aus Ich halte halt nichts mehr aus Danke Gott sei Dank Ja, ich habe mich für das Team geopfert Ja, der war ganz kurz hier draußen Wie ich ihn da vielleicht gesehen hatte Wie ich ihn da vielleicht gesehen hatte Ja Du hast weit schon, ne? Die Lebelle würde ich mitnehmen Sehr gerne Die ist nicht mehr gekillt Wo habt ihr die anderen gekillt? Hat ihr den gelootet? Ich weiß es letztlich so überhaupt nicht Ne Der hat eine UpperCut aus dem Fall Die kann nicht mehr mitbringen Oh, da nehme ich die Weil UpperCut Den Skin habe ich jetzt schon zweimal im Inventar Kann man ablegen Der hat eine Spectre mit Slug Das hätte ich in der Welt So, ich will drinnen Aber die gibt es auch noch nicht Ich habe da auch noch nicht alle gelootet Die waren nur zu zweit, ne? Ich habe dann alle gelootet Oh, dieses Gift geht nicht weg, ne? Wo liegt der dritte von denen draußen? Die war nur zu zweit Achso So, die habe ich schon Den habe ich schon Wo war denn der dritte? Unten Ah ja, stimmt Ja Na, Bertee Auch eine UpperCut Ah ne, ich habe ja die abgewickten Mosin Na und? UpperCut ist teurer Echt? Mhm Die Mosin kostet noch keine 300 Die kostet 280 oder sowas Die UpperCut über 400, ne? Alter, diese Bären fallen überall, ne? Ich habe den nicht gestellt in diesem Fall Die hast du hingestellt? Nein, die habe ich nicht gestellt in diesem Fall Achso, hier ist eine Centennial Rauma Aber kein bis abgeteilt Gut, dann lass rausgehen, oder? Ja bitte, ich kann dieses Gift noch mal sehen Das war jetzt einmal Hand, Shouldern als Hardball Ich meine, ich habe beide ja einmal getroffen mit der armen Brust, aber auf die Distanz hat das nicht mehr genug da angehen Soll ich wieder flaschen? Nee Lass mal Ich denke dran, wir haben bei dem einen nur ein Duo gekillt Ja, da ist auch noch mehr Der dritte ist außerhalb der Welt mit der Fall Der dritte ist außerhalb der Welt mit der Fall Wie gehts? Der kommt Geil An den letzten Balken wollen sie mir da auch noch wegbrennen. Und das war es auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat, wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hard Showdown sehen wollt und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare und damit verabschiede ich mich, bis zum nächsten Mal, haut rein. Amen. Amen. Vielen Dank.